Ja, genau, ich hab eine separate Szene, wo das drin ist, weißt du? Und da wird die Szene eingebunden. Mhm. Äh, Guido was? Hammergame. Meine Tochter hat mit 16 Saison geframmelt, dass ich nicht mehr zu ihr kann, nachdem nach einem Streit hab ich mich... hab ich vor mich gemurmelt. Fuck, ich will schon zack, hatte ich sie wieder. Manchmal braucht man halt mal eigenen Waffen schlagen. Okay, ich, ich. Das war irgendwie komisch gestrieben, ich lass das mal so stehen, wie das da steht. Ähm. Ich stehe jetzt hier nochmal. Fuck. So, wo steht noch der? Ach, Mann. Ich war wie so ein besoffener. Hatte Kaffee nicht gewählt? Also gestern waren es bei mir 7.000 Kaffee. Und da war schon fast 1 Uhr, oder? Äh, ja, gut, ich hab danach noch, äh, angefangen zu streamen, um 10 Uhr, 10.30 Uhr dazwischen. Ah, ja. Wollt eigentlich, bist du dann quasi, wollt streamen, bist du dann quasi live gehst, dass ich quasi dann meine Leute da rüber schicken kann. Ah, ja. Nö, vergesst es. K.O. Die, die Blechbüchse sagt, nope. Blech. So. Aber wenn du dir den Motor auch anhörst von diesem LKW da, also da, da denkst du da gerade, das könnte mit deinem, deinem Spruch, den du vorher losgelassen hast, hier mit den Bits und den Anhalt-Plugin da. Was hab ich ja sagen? Achso, warte. Ja. Ja. Der, der hört sich sehr, sehr, sehr komisch an. Kein LKW-Motor, also wie gesagt, ich hab den mal ein bisschen, äh, ausprobiert, 310 PS waren das nur, aber... ...bett, bett, 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 bett. Schauen wir mal, ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich das jetzt hochgeladen hab. Ich wollte euch das ja mal zeigen. Achso, ich... ...fällt mir gerade ein. Ich wollte doch noch dann das Bild von dem Flachmann da schicken. Verlauter, lauter. Ist das jetzt hochgeladen oder nicht? Ich gehe jetzt von vorn. Halt. Das war's Radlet. I'm Michy. So, let's go. Ups, ich werde mich automatisch abnehmen. Ach, verdammt. Das Handy, das Bild habe ich bestimmt auf dem... Auf dem... Oh. Alten Handy. Ja, da habe ich auch Disco drauf. Eigentlich nur um die Nachrichten da abzulesen. Ha, verdammt. Äh, muss man so sich schicken. Ja, alles gut. Läuft ja nicht weg. Schon wieder voll, alter. Was ist denn das hier für ein Ertrag, ey? Ja. Räumt sich das noch, das Ärmernder? jetzt ist es schon wieder wie das apple handy warum kannst du nicht um die ecke kommen moin moin alles klar mache ich hab einfach den ganzen tag hier ich habe kategorien umgestellt aber ich muss mir gleich mal echt mal uli anziehen ist echt kalt sieht es auch irgendwie ja den rollladen habe ich bei mir noch nicht hochgemacht aber ob schnee liegt keine ahnung meine alex hat mir zwar vorhin gesagt liegt aber nichts oder ich habe nicht gesehen ach ja bei dem feld beim feld 71 habe ich mal gestern noch ein bisschen was hast du fällt 71 habe ich bei mir noch paar bäume gefällt habe ich mal den normalen hex leider wenn ich muss gerade selber noch mal gucken ja aber der das ist das was ich gestern nämlich auch bei mir bei mir hatte sind also der jahre ist einer ist kurz stehen habe ich vorhin erst gekocht den einen heck den einen anhänger mit greifarm und häxler direkt hinten drin ja also die wegen der seiten konsole die da hast der bewegt sich ja quasi so ist simultan und das habe ich da gestern mal versucht ein bisschen anders zu belegen aber das schaffe ich ja gar nicht der bewegt sich trotzdem als dass der jede einzelne achse vom kran quasi bedient tue ich dass es einzeln gehe ich aber bei dem 19 war es halt noch möglich ich habe ich habe sie ja noch gar nicht so richtig benutze ich bin jetzt einfach nur einmal angeschlossen zu hause und dann ein bisschen noch um gefahren meine tochter hat das mehr genutzt gestern als ich muss ich mich noch rein fuchsen ja gut ich habe halt den das g7w 20 dran angeschlossen damit habe ich eigentlich quasi nur also schalten ich halte neu habe ich auch keinen bock ja gut ich habe ja halt bremsekupplung und bremspedalen mit der schaltung halt noch dabei von dem g7w 20 aber das ist schon da habe ich keine lust drauf zu drehen vor allem wenn du der lkw hast der hat 14 gänge da ist halt schon ein bisserl da kannst du treten habe ich denn jetzt den bein verloren land wird im einsatz ich grüße dich wie geht es dir was machst du bist du noch wach schon wach oder hast du einfach nur ich bin heute durch ja und gestern haben wir halt oder bei dem stream von gestern hatte ich halt mir doch schon die gülle am fahren schön wie viele züge musst du heute machen landwirt also ok also dann wahrscheinlich nur ein das geht und wir sind mehrmals am tag fest niederlande eifel eifel express ach so doch zweimal doch ok so ob wir sind jetzt alle fertig oder ob wir sind alle fertig ja ich habe gestern noch das eine feld für die kartoffeln vorbereitet das gefällt gekauft haben wir richtig fett in den kredit habe reingebissen ich habe fast alles gehabt bis auf die bis zwei maschinen ja da waren wir gespannt ach das sind nur 245 kilometer warte mal ok ich habe echt du hast eifel geschrieben ich habe an erzgebirge gedacht ich wollte halt sagen ja irgendwie das passt doch nicht holland erzgebirge 245 kilometer aber es ist ja eifel ja alles gut eifel ist ja westlich nicht östlich so ja ich wollte sagen landwirtschaft geo also erdkunde kann ich verwechsel ich nur manchmal ich habe ich habe eine leichte eifel erzgebirge schwäche so gehe ich jetzt hier noch einen raus oder wo irgendwas vergessen ja hier es liegt noch ein bisschen super kriegst einen auftrag das rasen wird der aber von ein bender oder einer schwarze lege damit haben sie nichts gesagt es war nichts abgebildet hei der kunde will getrocknetes gras haben aber ein bender hat da wohl nicht passend als geld dazu wo hat er hast du mit geräten geliehen und die sind gar nicht dabei oder was hm hey also nur der nur der nur der wender ist dann nicht dabei der rest ist traktor alles andere ist dabei nur der wender war nicht da oder dieses schwad oder dieses schwad die schwad zu legen ja ich muss mich immer auch daran gewöhnen dass das beim 19er hieß es wenn du von gras zu heumarsch heißt es ja zetter jetzt heißt es ja ein wender da bin ich immer noch ganz dran ok ich glaube ich krieg hier keinen ball mehr rein weil ich doch ich sehe auch nichts das heißt wir würden dich am besten einmal wieder in die garage fahren das müssen wir ordnung machen das müssen wir ordnung machen ja ein tag ist ein monat ne also da da geht was weg mhm gut dass ich gestern doch beim beim händler meines vertrauens shoppen war waren locker mal wieder 20.000 euro weg für nahrung ja das tierfitter das mineralfutter mhm da habe ich ja direkt wie gesagt den lkw der ausprobiert aber der platz also ja ich fand schon lustig wo du gelacht hast ja morgen dass der platz beim beim händler nicht gereicht hat ja das ist wirklich so also die haben die haben quasi vier äh vier tonnen da drauf liege querbalken und genau da drauf quasi dann das äh das der kühlauflieger oder die wechselbrücke quasi ja für ähm dass du drunter fahren kannst du musst aussteigen an die zwei hinterachse gehen dann musst du q drücken okay 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 wer okay 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 so hat das jetzt mal hier vorbereiten das bereitet immer noch warum so 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 so